Sie sind hinter uns. Lauf! Da bist du ja endlich. Ich schlafe heute bei Remy. Kommst du auch noch mal nach Hause? Vielleicht. Mach die Fenster auf, Jungs. Bereit? Guten Morgen zusammen. Willkommen im ersten Jahr der Sekundarstufe. Darf ich euch mal was fragen? Seid ihr zwei zusammen? Wir sind wirklich kein Paar. Ich glaube, sie sind gute Freunde plus. Nein, wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht irgendwie... Wohl ein bisschen mehr wie Brüder. Na, und? Bist du mit Remy in einer Klasse? Gut machst du das. Gut so. Das ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Und weiter. Was machst du hier? Na los, schneller. Leo. Sonst wartest du doch immer auf mich. Schläfst du heute bei Remy? Nein. Warum nicht? Hey. Harry? Ja? Remy? Remy? Ist nicht da. Leo! Los! Ja, sehr gut. Klasse! Los! Beruh dich. Schluss jetzt. Los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020